So, ja hallo Rock'n'Dahl, ich bin de Fabian, ich mach für euch hier ein bisschen... Wuuuuh, schon bezahlt, okay, ich war Fabian, viel Spaß noch auf dem Festival. So, ich mach für euch ein bisschen Akustik-Cover in den Pausen von der großen Bühne. Und für die ersten Töne hier in Rock'n'Dahl hab ich euch erstmal einen kleinen Boost mitgebracht, um ein bisschen easy reinzukommen. Und für die ersten Töne hier in Rock'n'Dahl, ich bin de Fabian, ich bin de Fabian, ich bin de Fabian, ich bin de Fabian, ich bin de Fabian. Ichinte, was sie müssen hier erwartet. Töne hier, mein Mal, ich Extrañ ist mir einfacher. Aber da geht es mir auf, weiß ich nicht, wie irgendwas su utilise. Wenn mir dann das Gerard ist, Teasi bringst du dichANT. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020